Jolt, ich bin's wieder, Obert Machen und willkommen back zu einem neuen Video. Ja, ich spiele gerade World of Tanks, ich habe mich kurz runtergeladen, aber es soll jetzt nicht um World of Tanks gehen, sondern eher darum, dass halt wegen den Videos, ich wollte gestern, vorgestern keines hochladen, denn eine sehr bekannte Person ist von mir gestorben. Und da hatte ich einfach nicht gerade die Lust, was hochzuladen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, falls jemand das letzte gesehen hat, das, ja, bräuchte ich mal, da, diesen Stream, wie ich es genannt habe, was man aber nicht ansehen konnte, dass, wenn ich es schaffe, dass ich heute wieder sowas mache, und ich habe, ja gesagt, also drunter geschrieben, unter dem Stream, dass ich das auf Twitter und auf Instagram sagen werde. Und ich bin nicht zu gut für World of Tanks, und ich kann auch gerade erst mal einen Einzelpunther spielen, denn diese Scheiß abfloppt und nicht fertig ist. Und ich kann auch nicht sagen, was ich im Stream spielen werde, das kommt von, was ich, auf was ich Lust habe, ich habe mich gerade eben, wie heißt das, genau. Also, eher so, eher so das Pirates runtergeladen, und das werde ich auch wahrscheinlich spielen. Ja, ha, dann bin ich wieder weg. Also wie gesagt, ich werde vielleicht eher so das Pirates spielen, Black Ops 2, und Battlefield wahrscheinlich. Diese Sachen werde ich höchstwahrscheinlich spielen. Und, ja, da gibt es zu diesen Themen, zum Streamen, ich will nichts zu sagen. Gut. Und, ich hoffe, dass das alles mit dem Stream klappen wird. Also, wenn es geht, mache ich es auf 1080p, was man im Stream ansehen kann. Und sonst ist es halt 720p. Einen von den beiden wird es schon irgendwie sein. Ja, gut. Bester Child Ever. Und, ja, es ist auf dem Fernseher, also auf der Xbox spiele ich das. Schöne World of Tanks. Es ist gerade nur so, weil ich gerade nur Battlefield, die Kampagne, Disc, dring gehabt habe, im Laufwerk. Und ich, ja, wollte einfach nicht, war zu faul, da Black Ops 2 reinzumachen und da ein Gameplay zu zeigen. Aber im Stream, da können wir durch den Black Ops 2 suchten. Also, ihr könnt mir jetzt unter dieses Video unterschreiben, was ich alles machen soll, von den Spielen her. Und das werde ich dann im Stream natürlich auch machen. Und das werde ich dann auch machen. Oh, nein, das ist kaputt. Bewegt sich was? Nein, das ist kaputt, das bewegt sich. Wo komm ich denn von hier oben? Schauen wir mal. Schauen schon. Stehen wir. Ah, da. Nein. Was ist denn da? Ich höre, ich rasche von hinten. Ich bin, oh, scheiße. Wurde entdeckt. Nein. Ja, gute Idee. Komm nachher. Scheiße. Können wir uns schießen? Alles zu neblich. Ja. Dort. Dort. Leck. Leck. Oh, Scheiße. Ich bin sogar mit dort. Ich bin da mit dort. Nein. Hier bleibt entdeckt. Oh, 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 oh. Nein, wenig noch. Hahaha. Fahr da hin, fahr da hin. Ja, das war schlecht von mir. Richtig schlecht. Was war denn dafür mal getan? Hä? Ja. Geil, nuclear alarm. läuft. Egal, das war das so zu sagen Infovideo und haut rein. Tschö.